Es bringt sehr, sehr wenig emotional sofort auf etwas zu reagieren. Das heißt, es ist auch nichts verloren, wenn man einen Tag nimmt, um das mal zu verarbeiten, weil man am nächsten Tag mit wirklich einem schönen, distanzierten Blick an das ganze Feedback tatsächlich rangehen kann. Falls man noch, sag ich mal so, Probleme haben sollte, mit seinem Ego umzugehen, dass man das sofort persönlich nimmt, dann ist es ein Tag. Für andere, die schaffen das in einer halben Stunde, wie du es gesagt hast, man geht schön um den Häuserblock, spaziert eine Runde und dann geht es wieder und dann baut man das auf. Was da quasi der abschließende Punkt ist, das ist etwas, das sollte man auch selber als Führungskraft raussuchen. Also es geht ja darum, dass man sich verbessert und es geht das Feedback, was man bekommt von oben, wenn irgendwas nicht geklappt hat, bitte, das ist das Beste, was es geben kann, weil dann können wir uns verbessern, dann können wir in unserer Führungskompetenz besser werden, dann können wir in unserem Teammanagement besser werden, in unseren Prozessen besser werden und das ist kein Zeugnis für den Charakter des Menschen, außer, in Klammer, das Feedback war auf die Kommunikation bezogen, die halt vielleicht zu aggressiv war oder zu persönlich, dann ist klar, dass man vielleicht charakterlich oder so arbeiten muss, aber an sich wird das Feedback, was man bekommt, auf den Prozess bezogen sein. Das heißt, dann kann man das ja auch so sehen und verarbeiten in seinen eigenen Führungsaufgaben. Das würde ich einmal damit abschließen, weil ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dieses Ego-Thema vielleicht abzuschwächen, davor muss man nicht Angst haben, wenn man tatsächlich Feedback bekommen sollte von oben. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen.